Wie warst du denn heute in der Schule? War gut. Leute, lass mich in Ruhe! Hau ab! Er wird seit Monaten an dieser Schule belästigt. Seit Monaten? Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt irgendwelche Schüler, die filmen ihn und stellen das dann ins Netz. Warum kann die mich nicht einfach in Ruhe? Denn es ist okay. Es ist okay. Pass auf, ich werde das nicht zulassen, dass man dir das weiter antut, okay? Wirklich, keine verdammten Handys in der Unterrichtszeit. Hier macht doch eh jeder, was er will, sobald man wegschaut. Ich fordere eine Konferenz, eine Konferenz, wo man sich zusammensetzt und wo man versucht, Ich sag dir doch, dass wir uns darum kümmern werden! für dieses Problem. Wenn da von Ihnen nichts kommt, dann bin ich im Schulministerium. Das verspreche ich. Das verspreche ich.